Gilt es da vielleicht einmal noch einmal kurz auch Dank zu sagen und zwar auch Dank an Sami Arabi für zwölf Jahre Arminia Bielefeld, für zwölf Jahre Engagement, das was er alles für den Verein gemacht hat, ihn aus der dritten, aus der zweiten, in die ersten Liga geführt, mitgeholfen an die Verschuldung oder die fast Insolvenz abzuwehren. Und da ist eine Ära zu Ende gegangen und da, finde ich, gehört es jetzt einfach auch mal Danke zu sagen. Und danke natürlich auch an Daniel Scherning für sein Engagement und alles das, was er hier reingebracht hat. Und er ist Arminia, war nicht nur jetzt ein paar Monate Cheftrainer, sondern Jahre zuvor auch schon in anderer Funktion bei Arminia Bielefeld und möchten ihm auch nochmal herzlichen Dank für alles Geleistete ausdrücklich aussprechen. und dann. Und... Und... Und da ist...